Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist Black Friday 2022. In diesem Video geht es um einen Blitz-Deal des Black Friday. Wenn ihr den haben wollt, seid ihr auf jeden Fall schnell, denn schon über 80% des Artikels sind bereits verkauft. Es geht um den Lichtwecker von Foyond. Den haben wir uns vor einiger Zeit einmal angeschaut. Kostet standardmäßig zwischen 45 und 50 Euro. Heute bekommt ihr ihn für 32 Euro. Deswegen, wenn ihr ihn haben wollt, seid ihr sehr, sehr schnell. Der Link ist einmal für euch unter diesem Video in der Infobox. Wir gucken uns jetzt einmal zusammen an, was der Foyond Lichtwecker alles leistet. Der Lichtwecker von Foyond ist sozusagen das etwas günstigere Pendant zu den Lichtweckern von Philips. Denn, natürlich, wie wir wissen, sind diese im Premium-Segment und deutlich, deutlich teurer als das. Allerdings muss ich sagen, von allen Lichtweckern, die ich schon für euch auf dem Kanal vorgestellt habe, ist das sicherlich einer der besten. Von der Übersicht her vorne, große Kunststofffläche, wo auch wirklich wunderschön die Leuchtkraft zur Geltung kommt. Dann habt ihr einmal auf der Rückseite und auf dem Kranz dementsprechend die verschiedenen Tasten, inklusive der beliebten Snooze-Taste. Und könnt das Ding damit auch sehr, sehr schnell in Betrieb nehmen. Was hier wirklich auffällt, ist, dass der Lichtwecker sich ultra leicht programmieren lässt. Es gibt überhaupt gar keine Probleme. Es ist fast schon intuitiv von der Menüführung her. Ja, trotzdem, für alle, die sich nicht sicher sind, gibt es selbstverständlich eine kleine Bedienungsanleitung, die noch mitgeliefert wird. Auf der Vorderseite und zwar im unteren Feld des Leuchtfeldes habt ihr dann einmal das kleine Display. Dieses ist hier sehr, sehr übersichtlich und sehr ordentlich eingelassen worden. Hier seht ihr unter anderem natürlich die Uhrzeit und könnt euch auch weitere Daten eintragen lassen. Auch unter anderem die Symbole, ob Wecker aktiv sind oder natürlich nicht. 32 Euro ist ein sehr, sehr guter Preis für diesen Lichtwecker. Deswegen, wenn ihr ihn haben wollt, schlagt hier auf jeden Fall schnell zu. Wie gesagt, es handelt sich hier um einen Blitzdeal des Black Friday 2022. Link ist einmal für euch unter diesem Video in der Infobox. Dort gibt es auch nochmal alle technischen Details. Guckt euch gerne auch die verschiedenen anderen Reviews und Deals an zum Black Friday 2022, damit ihr hier nichts mehr verpasst. Ich freue mich. Bis dahin auf das nächste Video mit euch. Macht's gut, meine Lieben. Bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Video.